Denn das Finanzamt zieht es nicht ein und entzieht dem Christkind den die Werbeschein. Ha ha ha, ja ja, die Deutschen, das ist aber nicht so gemeint, das war ja nur ein Gedicht. Und es sind ja nicht alle so, vor allem nicht hier, denn ihr seid ja auf dem großen Berliner Weihnachtsmarkt, Wintersraum am Alexa. Und das ist super, deswegen singe ich euch gleich mal einen schönen Deutschen. Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, du kannst mir sehen, wie oft atme ich zur Weihnachtszeit, Ein Baum, von dem ich auch erfreut, oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, du kannst mir sehen, wie oft atme ich zur Weihnachtszeit. Oh Tannenbaum, du kannst mir sehen, wie oft atme ich zur Weihnachtszeit. Oh Tannenbaum, du kannst mir sehen, wie oft atme ich zur Weihnachtszeit.